Hallo, ich begrüße dich herzlich auf dem YouTube-Kanal von Aktivstudio High-End Audio in Innsbruck. Mein Name ist Romeo Barisic und im heutigen Video möchte ich dir einen Plattenspieler von Dr. Feikard Analog vorstellen, und zwar das Modell Blackbird. Nach dem Intro geht es gleich weiter. Dr. Feikard Analog ist ein deutscher Hersteller, der sich auf die Herstellung von Plattenspielern spezialisiert hat. Neben vier Plattenspielermodellen macht Chris Feikard inzwischen noch eine Vorstufe, Vornerstufe. Und beim Blackbird handelt es sich um das zweitgrößte Modell des Herstellers. Neben zwei Antriebsmotoren besitzt dieses Modell auch die Möglichkeit, zwei Tonarme auf dem Laufwerk zu montieren. Bei den Tonarmen hat man eine grundsätzlich freie Auswahl und Chris Feikard kann für nahezu jeden Tonarme auf dem Weltmarkt die passende Base dazu liefern. Die Montage der Tonarme ist auf den Feikard-Plattenspielern denkbar einfach. Durch den verbauten Schlitten, sowohl für den rechten als auch für den linken Tonarm, ist die Montage wirklich sehr, sehr einfach. Der Montageabstand ist sozusagen auf dem Laufwerk bereits vermerkt. Also man hat eine Messschablone sozusagen mit eingebaut, wie man hier auf den Bildern sieht. Auf der rechten Seite kann man Tonarme bis zu 320 mm Montageabstand montieren. Und der zweite Tonarm, da kann man bis zu 240 mm Montageabstand die Tonarme wählen. Zusätzlich zu den sehr hilfreichen Schlitten für die Tonarmontage ist auch eine Einstelllehre für die Tonabnehmer verbaut, wird mitgeliefert und es gibt einen Steckplatz, wo die Schablone quasi fixiert wird, um die Tonabnehmer Montage zu erleichtern. Wie man sieht, sind die Laufwerke schön aus der Praxis gebaut, um sowohl die Tonarme als auch den Tonabnehmer entsprechend justieren zu können. Die zwei verbauten Motoren sind sehr antriebsstark und garantieren durch die spezielle Software einen exakten Gleichlauf. Bei der Auswahl der Plattenteller gibt es neben dem standardmäßigen Plattenteller, welcher aus POM, das ist ein Platten- oder LP-ähnliches Material, gibt es noch den optionalen Inertia-Plattenteller. Der Inertia-Plattenteller ist mit acht Messinggewichten ausgestattet, welche das Gewicht, die Masse des Plattentellers erhöhen und dadurch noch etwas besser klingen, etwas mehr Ruhe in das Klangbild bringen. Bei den Optionen gibt es noch die Möglichkeit, neben den Standardfüßen die Spike-Füße bei jedem FICAT-Plattenspieler zu wählen. Und man kann auch beim Netzteil entweder das Standard-Netzteil, welches serienmäßig mitgeliefert wird, oder das lineare Netzteil dazu wählen. Optisch lässt sich der wunderschöne Blackbird natürlich auch nach individuellen Wünschen noch fertigen. Ich finde die Optik klassisch schön und einfach nur zeitlos. Man hat aber die Möglichkeit, neben den eloxierten Metallteilen die Farbe zu wählen. Das heißt, neben Standard-Schwarz und Silber kann man ausgefallene Farben wie Gold oder andere Geschichten auch noch wählen. Zu den eloxierten Metallteilen ist es möglich, auch die Zarge sowohl schwarz zu gestalten, grau, das sind so die Standard-Ausstattungen, und dann zahlreiche Holzvarianten, Carbon und, und, und. Das ist wirklich, der Individualisierung ist bei diesem Plattenspieler sind eigentlich gar keine Grenzen gesetzt. Und so lässt sich natürlich ein Plattenspieler zusammenstellen, der wirklich so aussieht, wie man den auch haben möchte. Das finde ich einen großen, großen Pluspunkt und das ist bei kaum einem anderen Hersteller möglich. Wie bereits gesagt, hat man bei den Tonnamen quasi freie Wahl beim FireCut Blackbird. Das heißt, solltest du einen Tonnamen bereits besitzen, ist es eigentlich kein Problem, die passende Base dazu zu liefern. Sehr gute Erfahrungen habe ich mit den Tonnamen von Groovemaster zum Beispiel gemacht. Speziell für die Orthophon-SPUs ist das eine ganz dicke Empfehlung und mit Reed-Tonnamen, mit Kusma-Tonnamen und auch mit Thales-Tonnamen. Das sind alles sehr, sehr gute Tonnamen, die ich auf den Blackbird sehr, sehr gern verwende. Bezüglich der Optionen, die ich genannt habe, würde ich sowohl den Inertia-Plattenteller empfehlen, als auch das Linearnetzteil. Beide Optionen wirken sich klanglich sehr positiv aus und wenn sich das finanziell ausgeht, würde ich das auf alle Fälle von Beginn an empfehlen, weil auch diese Optionen bei Erstkauf einfach günstiger sind, als wenn man es im Nachhinein wieder kaufen muss. Aus klanglicher Sicht finde ich, dass der Blackbird eine sehr neutrale Basis für die Tonnamen und die Tonabnehmer bildet. Und trotzdem, wenn ich ihn jetzt irgendwie charakterisieren müsste, würde ich sagen, dass das Laufwerk einen sehr robusten Bassbereich besitzt. Das heißt, für Rockmusikhörer ist dieses Laufwerk wirklich sehr, sehr gut und macht richtig Spaß, aber natürlich auch für Klassikhörer. Es ist jetzt nicht unbedingt das allerfeinste, das eleganteste Laufwerk, wie zum Beispiel ein Brinkmann, aber Ähnlichkeiten, würde ich sagen, besitzt der Blackbird mit den Kusma-Plattenspielern. Also das ist so, der Stabi R von der Charakteristik her ist das relativ ähnlich einem Blackbird. Das heißt, macht schon unheimlich an, macht auch richtig Spaß, damit Musik zu hören. Optisch ist das Laufwerk zeitlos wunderschön. Also ich mag es wirklich extrem gern. Auch die Bedienung direkt am Gerät ohne jetzt nochmal eine ausgelagerte Einheit ist wirklich sehr, sehr fein. Man kann neben den 33er auch die 45er Platten und auch die 78er Schellax natürlich damit abspielen. Bieten sehr wenige Laufwerke. Auch das ist sicherlich ein Riesenvorteil von Blackbird. Ich freue mich, dass du bei diesem Video dabei warst. Wenn du mehr Lust auf einen Blackbird bekommen hast, melde dich gerne bei mir an. Hör dir das bei mir im Studio an, auch mit verschiedenen Tonnamen. Ich freue mich, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.